hallo liebe leute hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge im LS22 im challenge projekt mit dabei haben wir den schweizer den party mit an die hallo die ganze erste folge von gestern da gar nichts geredet es läuft der partie wenn du hoch machst das läuft an aber es wird nicht überladen was haben wir heute für den tag heute mal mittwoch ne heute ist mittwoch ja okay dann ist noch zu früh dann kann man erst morgen drüber sprechen da kommt immer so ganz kurzen punkt bitte so ich habe vorher vernommen dass wir für den punkten her wieder ganz gut rankommen 0,4 punkte trennen uns noch vom aktuellen erstplatzierten und auf der key schauen wir mal was wird ja fühle ich fühle ich zu 100 prozent habe ich auch eine 100 dinge zurückgegeben ja ja das war schweizer die gruppe geschrieben hat heute wo das thema was machen wir heute und wie gehen wir weiter vor und so weiter ach so dass ja an die versuch du mal ich kann es auch kurz anspringen ja manchmal wo bin ich jetzt in den fahrrad und studier eingesprungen bei schweizer schon bei schweizer funktioniert doch bei schweizer funktioniert tatsächlich lustigerweise ist fast jedes mal eigenartig er kann mit mir umgehen ich glaube ja dass das spiel erkennt okay die ip-adresse kommt aus der schweiz den lassen wir das machen wenn er was sagt ihr aktuell zu den temperaturen das ist doch nicht normal oder geil also ich finde es auch geil muss ich sagen aber das kam wieder mit eben schlag das war wieder toll ungewohnt so aber ich glaube dass wir nochmal auf die fresse bekommen ja wir sind jetzt heute am sonntag bei der aufnahme ja heute was schön ich glaube bei der heutigen folge am mittwoch ist es schon geschlecht wird dann aber ich denke zum wochen liegen soll es bis hin ja also 14 grad ist jetzt für für april auch nicht so ne also es geht eigentlich aber 25 26 grad mit der anfang april ist schon geil ich habe gegrillt kann man aber dafür ist nicht so muss ich sagen ich fühle es erst wenn ich beim 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 grillen dann richtig schwitzt und das sind das dann auf die erst fleisch tropft das fühle ich dann mal kommt die folge aus 60 oder haben die meiste schon gegessen alles gut das haben das kommt jeder jeder wird demnächst wenn er grillt an mich denken folgen titel der abendessen will nicht gucken das schlimme ist wenn du reichst hast du nicht gucken das ist ein absoluter trigger wenn du schreibst nicht gucken auf gar keinen fall und so weiter dann ja habt ihr es bald ihr zwei rindviecher ich weiß aber spiel ist aktuell für spiele gar nichts gar nichts bist du nicht beim zocken wir haben die führung genommen aber wieder warte muss ich kurz reingucken auf zwei jawohl 58 punkte es läuft und läuft immer noch seit heute asa ja auf dem server den icky gestellt hat ui nitratos server ne ja ja zweiten server hat er auch schon bestellt fürs kot da gibt es ja will man wieder ne ja hab ich gesehen was spielst du aktuell werden woche mal was hat ja flogen ja habe ich bin ich wünscht phoenix gestolpert audio ja von der blitzung gegrillt wurden es gibt auch zwei neue tierchen auf der map so ein riesen dinge habe ich gesehen ja und dann ein tier was sich im sand vergräbt aber hier gespielt der planer seiner spät mit der icky sehr schön uwe heu da war spielst du momentan ähm da zähle ich letzte woche fast nix also wenig ich hatte letzte woche richtig viele aufnahmen und richtig viel was nicht gut lief ok dann donnerstag haben wir noch podcast aufgenommen der wird weiter morgen kommen das war auch wieder so ein zweieinhalb stunden ding ja und dann hatte ich irgendwie komischerweise geburtstag am samstag damit auch nichts gemacht und sonntag kam also family da habe ich auch nicht viel gemacht und naja und diese geburtstag ist ja noch aufnahme es ist halt immer was zu tun sage ich mal vorsichtig was gut ist aber aber du denkst dir so wenn wir das projekt nicht beenden vielleicht noch schnell hätte ich mehr zeit für andere sachen aber ist halt nene wir tatsächlich momentan wirklich jede sekunde geht ja auch so ja das glaube ich dir auch und jetzt endlich bei mir mal die sucht so schlägt an ist vorbei so ich habe erfolgreich gemäht ich werde das wahrscheinlich alles selber gleich pressen dürfen ich bin dir aber ich bock drauf haben wir jetzt eigentlich schon ein nächstes investitionsziel nicht so viel ich weiß wollen wir mal drüber sprechen ja sag mal wir haben ja etwas starkes zugfahrzeug mäßiges etwas starkes zug ja zum beispiel wir haben ja den 500 lkw erstens haben wir sind den lkw zweitens haben wir in waldra und auch den rüben musst du noch nie mit tiefen was ist ein bisschen dauert achte achte jetzt den großen an du wirst du was breiteres mhm und was denkst du da ja viel bleibt doch nicht warte ich guck mal kurz mit damit ich da auch für die zuschauer das drauf habe tiefenlocker ui schweiz sie mit seinen magischen händen jetzt funktioniert das als wäre nichts gewesen du bist zu ein ah der acht meter acht meter ja auf alle fälle so zum beispiel nee sind wir jetzt nicht cheater ähm wir reden gerade über die tiefenlockerpartie ja und ich rede hier vom rübenroder ok cool äh ja acht meter ist halt der größte den es gibt der wäre halt absolut geldmäßig kein problem also der wäre gar kein problem tatsächlich war nur mal so eine idee was man anschauen kann aber den können wir halt wirklich nur mit dem lkw machen ne ja und das braucht er 435 ps ach das die dort aber altra zwillingsreven dran und ab geht er ne das hat seine normale normale anhängung aber wollen wir nicht auch nochmal über den großen traktor reden was heißt für die große traktion in welcher farbe soll er sein ist mir egal naja notwendigkeit ist halt immer der lkw hatte auch keine notwendigkeit äh und jetzt hat er drei aufgaben oder vier das entwickelt sich halt immer so was du hast also muss halt irgendwo mal anfangen sage ich vorsichtig wenn du sagst du hast jetzt ein 400s schlepper am hof dann kannst du auch deine maschinen so ein bisschen ausrüsten dementsprechend aber du bist ja gleich beim großtraktor bist du ja gleich über 250.000 ja gut äh denkt bitte jemand noch dann auch an unsere seegewerke dass da vielleicht auch so der ein oder andere beim stamm noch rein muss ja 18k und 13k sind drin ja ja wenn wir spulen dann ja auch die durch 30 sollten drin sein glaube ich da sind wir bis jetzt immer safe gefahren und wir müssten ja noch freien traktor rumstehen haben glaube ich oder ja ja der weiter ist frei mach dir mal die rüben fertig dann können wir das ja machen hm ja in der zeit wo party auffüllen kann ich ja schon mal die erste umschneiden ja ja warte ich sag's wenn du aufgeladen hast äh seilbinde liegt am segewerk ja wisst du ja hm hm was bringt uns also was bringt uns denn von den punkten her mehr fläche oder maschinen 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 ja ich glaube auch also geld vielleicht geben nämlich keine punkte nix gar keine punkte das heißt entweder lassen wir das geld am konto mm-mm mhm wenn wir nichts brauchen mhm ja also ich würd' es jetzt erstmal am konto lassen ist meine meinung Wir haben halt nur so ein 4-Meter-Ding da rumstehen, da bist du halt schon, der andere ist doppelt so breit. Ja, bevor jemand auf die andere die kommt, könnt ihr ja drucken, also, das können sich fast alle Leistenden mittlerweile. Ja, aber niemand hat ein passendes Zugfahrzeug dazu. Stimmt, ja. Erstens, das und zweitens haben die das sicherlich nicht auf dem Schirm. Ich hab gesehen, Team Deniz hat ihren Waldorf, ich hab schon den größeren gekämpft. Haben die das? Oh, das hab ich gar nicht mitbekommen. Ich hab eben, mein letzter Wissensstand war eben der alte Xerion. Also, das war den Xerion getauscht und eben den kleinen Waldorf weg und dafür würde er ihn besser gehen. So ein Neujahr-Xerion wär ja nicht auch geil, oder nicht? Es ist halt nicht wendig, ne? Was? Warum nicht? Hat er nicht diese Lenkung bei beiden Achsen? Natürlich. Ja, dann ist er doch wendig. Ja. Das hat er nicht allzu viel. Ich sag mal so, trotz des viergelenkten Achsen ist er vom Wendekreis her nicht so geil. Okay, weil ich hab gedacht, der wär ziemlich geil. Also, das ist halt relativ breit, das Ding, ne? Ja. Ja. Was sich halt wirklich gut fährt, finde ich, es ist zwar nicht so geil, sind die Kettendinger. Was meinst du? Das ist ja von den vier Raupendingern. Ja. Ja. Ich rede von denen, die links und rechts eine Raup werden. Achso. Achso. Ja. Ja, das würde sich auch passen bei denen. Also. Ja. 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 Aber why not? Warte mal, was kostet so ein Schinken? Ja. 300, glaub ich. Gehört da der 8 RT auch dazu? Den hab ich sogar. Den hab ich, der sehe ich. Andi. Jo. Boah, die kosten... Voll. Schauf unsere Punkte nach oben. Ja, cool. 400, Alter. Ja. Gut, der... der... Vario... 385. Ja, wir können ja erstmal den Sparfuchs machen. Also, ich bin bei dem 8 Meter Tiefenlogger bin ich, würde ich sagen, ja. Hm. Wollen wir dann den kleineren verkaufen oder wollt ihr den behalten, damit die anderen den nicht bekommen? Ich würde ihn behalten. Ich bin so der... Ja, ja, der schwingt, fragen wir. Die sind ja nicht. Andi ist kein Gönner und die gefällt erstmal in den Bach rein. Ich bin halt immer noch so, wenn wir das Geld nicht notwendig brauchen, lasst die Maschine da. Mhm. Wir können sie ja dann, wenn es wirklich um ein paar Punkte geht, zum Schluss wirklich noch verkaufen. Also... Boah. Aber ich glaube tatsächlich, dass es um die ausgewachsenen Tiere geht. Glaubst du, dass es der Knackpunkt sein wird? Ich glaube, dass wir die Punkte eher haben, wie die Tiere. Ja, ja, wir haben doch unsere 100 Tiere zusammen, oder nicht? Wie bitte? Wir haben doch unsere 100 Tiere zusammen. Ja? Ja, aber nicht ausgewachsen. Ja, die Hühner, die sind recht schnell und die Schafe sind da auch schon ganz gut. Die Schafe? Die produzieren da mittlerweile... Das ist doch schon eine Aue, die ist doch schon ausgewachsen. Die 100. Die ersten 100 ausgewachsenen Tiere haben wir. Sind das ausgewachsene Schafe Aue? Ich weiß es nicht. Aue sind schon ausgewachsene Tiere, ja. Die sind acht Monate alt. Also ich glaube, wann sind sie erwachsen? Nach sechs Monaten, oder? Äh... Ja, müsste. Ja, dann brauchen wir die Punkte. Wir haben eigentlich... Unsere Hühner sind auch ausgewachsen. Das heißt, wer hat denn die Tiere schon? Die Tiere sind fertig. Ah ja, Hühner steht da. Aber ich sehe nur drei Monate alt. Aber gut, vielleicht brauchen die nicht so lange. Es sind keine Küken mehr. Und das andere sind auch keine Lämmer mehr. Also sind die für mich... In meinen Augen sind die ausgewachsen. Weil die wachsen ja jetzt nicht mehr. Die kriegen ja keinen Wachstumsschub mehr. Das einzige was passiert ist, dass die verrecken. Ja, wir müssen halt gucken, dass sie genug zu essen zu trinken haben. Damit es ihnen gut geht. Das ist halt Priorität. Das heißt, wir brauchen nur mehr... Nur mehr natürlich jetzt, in Anführungszeichen, die 100 Punkte. Dann haben wir den Sack. Ja. Also Fakt ist aber auch eins. Wir können nicht mehr als wie wir jetzt haben. Ich kann nachher nochmal gucken bezüglich der Tiere. Weil ich habe ja auch den Mod drinnen. Wann die als ausgewachsen sind. Weil du kannst ja ausgewachsene Tiere ja schon kaufen. Also wir haben einen Faktor bei Geld von 100.000 ist ein Punkt. Ja. Und bei Fahrzeugen ist 80.000 ein Punkt. Ja. Wir haben 18 Punkte durch Fahrzeuge. Das heißt, wo haben wir denn... Wir haben nur 18 Punkte durch Fahrzeuge? Ja. Wo haben wir denn dann 6... Achso, Lagerbestände. Ja, klar. Lagerbestände, ja. Das ist der Rest. Und Fahrzeuge gehen eigentlich ja auch schon mit der Welt. Ja, das ist halt so. Je mehr du sie benutzt und so weiter. Jeden Tag. Deswegen Hannibal. Watt, du mit deinem Hannibal, ey. Nee. Nee, also bevor du dir irgendwas kaufst und nicht brauchst, lass das Geld lieber liegen. Bringt du uns mehr Punkte? Nee, bringt uns weniger. Warum? Weil wir für 80.000 Wert einen Punkt kriegen und für Geld 100.000 einen Punkt. Also wenn wir kurz vor knapp sind? Ja, Fahrzeuge, wenn man sie neu kauft, haben sie halt 80% des Neupreises. Aber ist es dann besser, Fahrzeuge zu kaufen und einfach stehen zu lassen? Nö. Nö. Ja. Wir werden dann kurz vor sieben. Weil schlussendlich ziehst du die 100.000 für den einen Punkt ab. Oder einen Punkt für 100.000 Geld, was du nicht mehr hast. Ja. Dafür bekommst du für 80.000 Fahrzeuge einen Punkt dazu. Also wenn man theoretisch die Fahrzeuge einfach nur kauft, dass man sie hat. Und sie nur rumstehen und keinen Wert verlieren, wäre es genau gleich. Weil sobald man das Fahrzeug gerade benutzt, geht der Wert rumsteigen. Also es ist eigentlich egal, ob Geld oder Fahrzeuge. Dann kannst du das Geld auch liegen lassen. Ja. Ja. Also würde ich tatsächlich jetzt erstmal machen. Manni! Ja! Cool! Weiß nicht. Und hat dann auch nicht vergessen, bei uns zur Rechnung dann zum Schluss, wenn es je nachdem knapp wird, Geld oder? Was ich mir natürlich frage, macht es Sinn, noch so extrem auf die Lasche zu gehen jetzt? Ja, für das Geld halt. Ja, brauchen wir das Geld? Also wir brauchen es ja eigentlich nicht. Oder auf was willst du denn? Ich kann deinen Gedankenpunkt lesen. Was ist, wenn wir jetzt nur als Beispiel die Grasflächen ummodeln in Rüben? Dann hast du mindestens fünf Tage, bis die ausgewachsen sind. Okay. Und schau mal, wie viele Punkte wir jetzt durch Rüben haben. Ja. Und in jedem Feld einmal ernten, was aktuell mit Rüben wieder angesetzt ist. Sozusagen. Wir haben jetzt vierzig Punkte mit Rüben. Vierzig! Warte mal. Die werden nicht gekalkt, nicht optimal gedüngt. Warte mal, du willst mir jetzt sagen, wenn wir jetzt alle Felder mit Rüben nochmal abernten, haben wir nochmal vierzig Punkte. Ja. Ja, aber dann kommt er noch mehr runter, weil jetzt sind sie ja alle voll gedüngt und gekalkt und haben alle Liebe gekriegt. Und so position farming gedöhnt. Ja, ich verstehe. Das heißt, jetzt kommt mehr runter, weil wir uns besser drum gekümmert haben. Ja. Äh, aber wir werden dann, wenn wir jetzt noch, wie lange wird das dauern? Zwei Wochen? Ja. Das ist ja jetzt erstmal. Die ersten beiden sind in zwei Wochen wieder zu weit. Ja. Also nach zweimal Spulen. Oder wir nehmen die Kohle, die wir haben, kaufen damit neue Felder, wo zu grüben raus sind. Ja. Wir haben da keine Liebe. Schon, aber sie bringen uns Punkte. Das ist richtig. Weil wenn es dann hinten raus knapp wird, arschknapp wird, dann bist du besser dran, wenn du fünf oder zehn Punkte übrig hast von einem Feld, das vielleicht nicht die perfekten Werte hat, aber wo wir auf alle Fälle ein paar Tonnen Rüben runter bekommen. Ja. Meiner Meinung nach. Ich verstehe, wie du meinst. Bevor man das Geld da oben liegen lässt. Weil dann ist auch egal, dann vergisst, lass die scheiß Silasche Emissionen weg jetzt, weißt du was ich mein? Die Missionen? Ja. Ja. Dann machen wir einfach unsere Dinger und wenn wir sehen, wir haben Potenzial, dass wir noch was kaufen können und wir haben eine Kohle, dann lass noch ein Rübenfeld kaufen. Es geht ja nicht darum praktisch, ja es geht ein bisschen darum, den Sieg aus der Hand zu geben, es geht aber auch darum, einfach früher mit Sachen fertig zu werden, die vorausschaubar sind. Ja. Das wäre nur die Idee. Liebe Leute, schreibt gerne mal euer Feedback in die Kommentare dazu, würde mich interessieren, wie ihr das machen würdet. Wir sind erstmal fertig für heute, herzlichen Dank fürs Zuschauen, fürs dabei sein und bis morgen. Macht's gut. Tschüssi. Danke schön. Tschüss.